Unser heutiger Gast ist gebürtiger Hamburger. Der 21-Jährige spielte in der Jugend für beide großen Hamburger Traditionsvereine und steckt jetzt ein neues Kapitel in Kanada auf. Was er sich von seinem Wechsel nach Kanada erwartet, was seine weiteren Karrierepläne sind und ob wir ihn vielleicht irgendwann mal bei einer Weltmeisterschaft zu sehen bekommen, das alles besprechen wir jetzt mit ihm. Herzlich willkommen Julian Ulbricht. Wie geht es dir und wo bist du gerade, beziehungsweise kannst du uns kurz erklären, warum du da gerade bist, wo du bist? Also mir geht es gut, danke, danke erstmal und ich bin zurzeit in der Türkei, ihren Anteil ja in meinem Hotel, weil von Deutschland ging es halt noch nicht direkt nach Kanada einzureisen, so deswegen haben die mich jetzt erstmal hier hingeschickt, kann ich mein Trainingsprogramm absolvieren und dann fit rüber gehen und das geht dann halt, wenn ich in zwei Wochen hier in Quarantäne war, dann kann ich direkt nach Amerika beziehungsweise Kanada fliegen. Bis zu U23 spielst du beim HSV. Was sind deine Änderungen an diese Zeit? Ja, also schon gute Änderungen. Man erhofft sich natürlich immer, dass man da, wo man geboren ist, dann auch Profi wird. Das ist natürlich der Traum bei jedem Fußballer. Aber es hat halt nicht so geklappt und deswegen muss man auch diesen Umweg gehen. Den halte ich auch für den richtigen Schritt, aber trotzdem war es im Großen und Ganzen sehr positiv beim HSV. Aber es kam ja zum Glück ein Angebot aus Kanada von York United, die dich im Oktober haben wollten und dich gekauft haben sozusagen, dich aber erstmal, da die Saison schon in Kanada so gut wie zu Ende war, nach Lübeck verliehen haben, zu Phoenix Lübeck, wo du noch jetzt glaube ich vor der Pandemie, bevor das ganze Spielstopp war, drei Spiele gemacht hast. Wie kam der Wechsel zustande oder die Ausleihe nach Lübeck? Ja, also als dann das Interesse von York United kam, war mir schon klar, dass ich das machen muss. Also das hat mir auch von Anfang an schon gefallen und ich brauchte dann halt einen schnellen Verein, der mich ausleiht. Und also sonst hätte ich ja bis zum Januar nicht mehr spielen dürfen. Und dann bin ich auch glücklich gewesen, dass es in der Regionalliga Norden mit Phoenix Lübeck das gemacht hat. Und ja, da habe ich zumindest noch drei Spiele, da habe ich bloß ein Pokalspiel absolvieren können. Kommen wir mal zu York United. Was war so reizvoll daran? Du hast eben schon gesagt, es kam das Angebot und du hast sofort gemerkt, das muss ich machen. Womit haben sie dich gelockt? Was war das reizvoll an dieser Aufgabe? Ja, also Amerika und Kanada hat mich schon immer so fasziniert ein bisschen. Auch die MLS, die verfolge ich auch sehr gerne. Und dann als das Angebot gekommen ist, unser Interesse gekommen ist, dann muss ich nicht lang zögern. Also York United liegt in Toronto, eine geile Stadt, denke ich mal. Also es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Und ich habe da halt mega Bock drauf. Also was Neues, Englisch wird natürlich dann auch besser. Klar, klar. Wer weiß, natürlich gehe ich mit dem Ziel da rein, solange wie möglich Fußball spielen zu können und durchs möglichen Bereich. Man weiß nie, was kommt, aber selbst wenn nicht oder sollte irgendwas passieren, nimmt man auf jeden Fall die Erfahrung auch mit. Du, wie gesagt, wechselst jetzt nach Kanada und 2026 ist die WM in Kanada und in den USA zusammen. Und es gibt die Möglichkeit, wenn du jetzt fünf Jahre lang, rechne kurz nach, 2021 plus 5, 2, 26. Wenn du so lange in Kanada lebst und spielst, könntest du eingebürgert werden kurz vor der WM und für Kanada bei einer Weltmeisterschaft auflaufen. Ich denke mal, das hörst du auch nicht zum ersten Mal. Wie sieht das aus? Hast du dich damit schon mal befasst? Ist das wirklich ein realistisches Ziel für dich? Oder sagst du, Leute, lass uns erst mal schauen, was in fünf Jahren passiert? Ja, genau. Erstmal jetzt eine Saison spielen und dann werden wir sehen, was da weiter passiert. Ob man da in der Liga bleibt oder ob man doch wieder zurückgeht nach Europa oder woanders. Das weiß keiner. Aber der Fokus ist einfach jetzt gerade auf dieser Saison. Könntest du denn überhaupt vorstellen, für ein anderes Land bei einer Weltmeisterschaft aufzulaufen? Also ich meine, eine Weltmeisterschaft im Endeffekt ist ja schon das Größte, was es irgendwie für einen Fußballer gibt. Ja, das ist schwer zu sagen. Also na klar, wenn irgendwann mal ist auf einmal, ich weiß nicht, schießt da alles kaputt und sonst was. Und die sagen, ja, du kannst spielen. Natürlich kann man sich dann darüber Gedanken machen, aber das ist alles noch weit, weit, weit entfernt. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es gibt drei, vier kanadische MLS-Teams. Du hast die MLS vorhin schon erwähnt als ein mögliches Ziel, wenn man schon drüben in Amerika ist. Ist das so eines der Hauptsachen, wo du den Fokus drauf hast, okay, vielleicht Toronto hat ein MLS-Team. Vielleicht lande ich darüber mal irgendwann in der großen Liga? Ja, so auf jeden Fall. Da eine gute Saison spielen und dann abwarten, was da passiert. Ob man dann doch in der CPL bleibt oder ob es ein Interesse aus der MLS gibt, das wird man dann sehen. Aber ich bin nicht abgeneigt, irgendwas zu probieren. Ziel, du hast vorhin schon mal darüber gesprochen. Bundesliga, klar, jetzt erstmal gerade weit weg. Du fliegst jetzt erstmal nach Kanada, siehst zu, dass du dich dort einlebst. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der große Traum, irgendwann mal in Deutschland oder in Europa in einer der Profiligen zu spielen, noch nicht ausgeträumt ist. Nein, das auf jeden Fall noch nicht. Also Bundesliga ist super. Also wer mega geil hat, zu spielen irgendwann. Wie gesagt, mein Vater hat ja auch damals gespielt in der Bundesliga. Und das dann auch zu dürfen oder zu können, wäre natürlich ein Kind der Strom.